Und, so, ja, sehr schön, ja, ja, so, okay, danke, du, so, jetzt gehen wir mal an die Maske runter. Okay, jetzt machen wir mal Seitenwechsel, damit wir auf der richtigen Seite anfangen. Okay, um, eins, zwei, drei, ja, 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 Eins, zwei, vier, Okay, um, anything to explain in here, Nein, ich glaube nicht. Das ist ein Spiel von der Münch-Version. Es ist eine der zusätzlichen Plätze, die nicht in der Dresden-Version von Paulus und Klömeier und wir hatten ein paar Probleme mit interpretieren den Steps. So, wir gehen durch das mal wieder und ich versuche es zu erklären. So, was passiert erst? Ich sehe, dass er mit Trust kommt. Und ich parriere das mit dem Kron. So, ich gehe hier, ich gehe hier mit dem Kron. Und ich parriere das. Und von hier, ich gehe hier. Ich könnte auch, wenn ich mein Bruder hier bin, ich könnte auch blocken das Arm und gehen wie das. Okay. Okay. So, ich parriere das mit dem Weg. Ich gehe hier. Ich gehe hier. Er ist das nicht so. Und er ist stein da. Und er geht hier. Und er lässt sein Weg runter. Und er nimmt meine Energie jetzt und geht nach meinem Arm. Und ich habe keine Chance, wenn ihn hier zu bewegen. So, because er ist, er stein aus meinem Reach. Und er ist noch gegenüber mir. So, ja. Das ist sehr interessant. So, was du brauchen, kannst du die Steps mit deinem Bruder und erinnerst. Notice, notice that he is going for you. Go there and go like this. And thank you.